Und für mich ist es ein Segen dazustehen, aber soll ich Ihnen etwas sagen? Ganz, ganz viele meiner Bekannten haben gesagt, bist du wahnsinnig? Du kannst dich nicht auf die Bühne stellen. Was ist, wenn du stolperst? Was ist, wenn du dich verredest? Was ist, wenn da böse Leute im Publikum sitzen? Schau nichts aus. Was ich damit sagen will, unsere Vorerfahrung sagt uns, unser Wissen sagt uns, dass wir sie machen. Ein Segen ist, oder? Ein Vloer. Ein Vloer.